Hallo Leute, ja wenn ihr jetzt denkt, warum ich mit einer anderen Kamera oder so ein Display filme, ja ich muss es noch ausprobieren mit Mobizen, dass man nur den Bildschirm nur noch sieht, das muss ich hier mit der Hand, also anderen Handykamera aufnehmen. Vielleicht die meisten kennen das Spiel, gerade online, da haben wir, da könnt ihr das selber sehen, ich war schon 23 Minuten im Spiel, natürlich nicht durchgezockt, aber gespielt, also fast einen Tag, da habe ich viel geschafft, die Sachen sind eigentlich extrem teuer, da muss man, und ich habe jetzt, also hier, ich arbeite hier, es heißt Speedy, also ich arbeite in Speedy Pizza, muss man Pizza backen und ich habe für ein Auto, um ein Auto zu bekommen, 700 Pizzas gebacken, das war so mega anstrengend, einfach mal, aber dafür habe ich jetzt mit dem Geld ein Auto und noch eine Pistole gekauft, die gut ist, und jetzt spare ich gerade mit meinem Geld, seht ihr, ich habe 646, und meine AK kostet 1.500, dann muss ich noch ein bisschen backen, später mache ich mit meinem Freund noch meine Aufnahme, wenn ich bei ihm bin, wie wir das zusammenspielen, tatsächlich mache ich beide Aufnahmen, einmal von seiner Sicht und von meiner Sicht, ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen doof, ich probiere es, immer die Steuerung, dass man nicht meinen Finger sieht, das ist mit einer Hand einfach so schwer, könnt ihr nicht glauben, ähm, ja, und das mit Schneiden technisch, probiere ich auch noch alles aus, aber meine ersten paar Videos sind auch ein paar Testvideos, ja, mir fällt nicht mal ein, was sie sagen,